Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Geht es Ihnen auch so? Beiträge von anderen, die Sport machen, lassen Sie verzweifeln? Sie können leider keine lustigen Lieder über die Quarantäne auf Ihrer Ugulele spielen? Wenn Sie noch bei einem Bilderrätsel auf Facebook hören, schau noch mal genauer hin, werden Sie Ihren Computer gegen die Wand werfen? Sie lieben Ihre Familie, aber den ganzen Tag? 24 Stunden? Wir können all das zwar nicht ändern, aber wir können Sie davon ablenken. Mit Deutschlands erster Online-Late-Night-Show. Die Late-Night-Max-Show mit hochkarätigen Gästen und mittelmäßigen Moderatoren. Bald auch in Ihrer Selbstisolation.